Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und auf diesem Kanal geht es ja auch immer wieder um den Optionshandel. Heute komme ich auch wieder mit einem Häppchen Optionswissen um die Ecke und zwar wollte ich heute einmal besprechen, wie man die Rendite eines Cash Secured Puts berechnet. Am Anfang deiner Karriere als Optionshändler fragst du dich vielleicht, wie du am besten die Rendite deiner Optionsgeschäfte errechnen kannst. Mir ging das jedenfalls zu Beginn so. Dabei ist die Berechnung der Rendite eines Cash Secured Puts sehr einfach und das schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. Die Formel für die Berechnung lautet wie folgt. Um die Rendite zu errechnen, nehmen wir den Kurs des Puts und teilen das Ganze durch den Basispreis des Puts minus Kurs des Puts. Wenn wir zum Beispiel einen Cash Secured Puts mit einem Basispreis, das ist der Strike, von 50 US-Dollar handeln und dafür eine Prämie von 75 Dollar vereinnahmen, dann handeln wir den Puts zu 75 US-Cent. Wegen der sogenannten Kontraktgröße ist das geteilt durch 100, denn ein Kontrakt handelt immer 100 Aktien des Anerleiings. Die Rendite wäre demnach 0,75 geteilt durch 50 minus 0,75 und das ergibt diese 1,52% Rendite. Schauen wir uns auch einmal das maximale Risiko eines Cash Secured Puts an. Denn grundsätzlich ist es so, dass du in diesem Beispiel eine Prämie von 75 US-Dollar je Kontrakt vereinnahmst. Dein Risiko, falls der Put ausgeübt wird und dir 100 Aktien angedient werden, liegt dann bei 5000 US-Dollar abzüglich der Prämie von 75 US-Dollar. Einige Optionstrader betrachten fälschlicherweise als Risiko die 5000 US-Dollar und dabei vergessen sie, dass ihnen die vereinnahmte Prämie immer erhalten bleibt. Das maximale Risiko beträgt also nur 4925 US-Dollar und entsteht auch nur, wenn die Aktie auf Null fällt, wovon wir nicht ausgehen würden. Dann steht noch die Frage im Raum, betrachten wir die einfache Rendite oder die jährliche Rendite. Wichtiger als die einfache Rendite ist die jährliche Rendite. Denn 1,52% Rendite in beispielsweise 30 Tagen ist eine andere Hausnummer als 1,52% Rendite in 6 Monaten. Im ersten Fall liegt die jährliche Rendite bei 18,24%, während im zweiten Fall diese jährliche Rendite nur 3,04% beträgt. Die oben errechnete einfache Rendite muss nun also auf ein Jahr hochgerechnet werden. Dafür nehmen wir die tatsächliche Haltedauer und skalieren entsprechend auf ein Jahr. Um bei den Beispielen von oben zu bleiben, 1,52% in 30 Tagen entspricht einer Jahresrendite von 18,24% und die Rechnung dazu sieht folgendermaßen aus. Die einfache Rendite, also die 1,52%, geteilt durch die tatsächliche Haltedauer, 30 Tage, multipliziert mit 360 Tagen, das entspricht einem kaufmännischen Jahr. Die Rechnung also 1,52 geteilt durch 30 mal 360 ergibt 18,24%. Das ist also die Rendite auf Jahresbasis. Bei einer tatsächlichen Haltedauer des Trades von 6 Monaten und alle anderen Annahmen bleiben unverändert, sieht die Rechnung so aus. 1,52% in 180 Tagen bzw. 6 Monaten entspricht einer Rendite von 3,04%. Die Rechnung dazu sieht folgendermaßen aus. Einfache Rendite, 1,52%, geteilt durch die tatsächliche Haltedauer, 180 Tage, das entspricht den 6 Monaten, multipliziert mit 360 Tagen, was einem kaufmännischen Jahr entspricht. In Zahlen, 1,52 geteilt durch 180 mal 360 ergibt 3,04%. Dementsprechend werden wir in unserer Renditebetrachtung der Trades immer die jährliche Rendite im Auge behalten, denn nur die ist für die echte Performance ausschlaggebend. Optionswissen wie dieses gibt es auch jeden Monat im Stillhalterbrief. Abonnenten meines Stillhalterbriefs erhalten mit dem Monatsreports auch jedes Mal eine Portion Optionswissen. Ich beleuchte ein Thema aus der Welt der Optionen, eine schöne Quelle für Weiterbildung also. Im Vordergrund steht aber natürlich der Signaldienst für Cash Secured Puts auf qualitativ hochwertige und handverlesene Aktien und ETFs. Dieser Dienst läuft seit seinem Start im November 2020 sehr erfolgreich und trotz des aktuellen Bärenmarktes wurde bisher eine bärenstarke Rendite eingefahren. Alle Informationen einschließlich der Rendite und der kompletten Trade-Historie gibt es auf der Verkaufsseite des Stillhalterbriefs auf www.freakyfinance.net. Da schauen wir mal kurz rein. Unter der URL freakyfinance.net slash der-stillhalter-brief kommst du also auf die Seite mit allen Informationen und Buchungsmöglichkeiten für meinen Stillhalterbrief. Hier kannst du alles nachlesen worum es dabei geht. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben in der Infobox. Schau es dir gerne an. Dort gibt es auch alle Informationen zum Stillhalterbrief. Bewertungen auf Proven Expert kann man hier auch nachvollziehen. 100% Weiterempfehlungsquote was den Stillhalterbrief angeht. Also haben hier auch schon viele Abonnenten beschrieben, dass sich ein Abonnement lohnt. Und wie gesagt, hier kannst du alles nachschauen. Die Rendite wird immer angezeigt. Was ich noch zeigen wollte, sämtliche Trades hier unten sind hier aufgeführt. Also die komplette Trade-Historie ist hier transparent nachvollziehbar. Natürlich die letzten Trades, da fehlt dann das Ticker-Symbol. Ansonsten könnte man sich das Abonnement sparen. Das wird dann immer mit ein paar Tagen Verzug oder paar Wochen Verzug dann hier aufgefüllt. Aber ansonsten die Parameter sind dann schon verfügbar. Und auch das, was bis dato dabei rumgekommen ist, hier an Prämien, Gewinn und Verlust aus ein- und ausgebuchten Aktien, Dividenden etc. Also unter dem Strich sehen wir jetzt hier in der Gesamthistorie 13.438 für einnahmte Dollar. Also schon ein sehr erfolgreiches Projekt basierend auf 50.000 Dollar Echtgeld-Depotgröße, die ich hier auch 1 zu 1 übrigens nachhandle. Also ich empfehle nichts, was ich hier nicht selber handele im Rahmen des Stillhalterbriefs. Wenn dich das interessiert, schau hier gerne rein, wenn du Fragen dazu hast, gerne in die Kommentare oder per Mail, Direktnachricht über irgendwelche Kanäle, über die du mich erreichen kannst. Dann versuche ich dir hier deine Fragen zu beantworten. Da auch schon die Frage nach dem unrealisierten Gewinn oder Verlust im Stillhalterbrief-Depot aufkam, wahrscheinlich in der Annahme, dass wir hier unendliche Verluste vor uns herschieben, hier einmal ein kurzer Einblick in das Echtgeld-Depot. Der unrealisierte Gewinn steht zum Zeitpunkt der Aufnahme hier bei etwa 1.100 Euro und es sind alle laufenden Positionen in diesem Screenshot zu sehen. Ansonsten bedanke ich mich für's Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.